Hallihallo und Willkommen zurück zur Fernseite der Folge von Far Cry 4. So, wir sind auf dem Weg, wie ich schon in der letzten Folge erzählt hatte, zu den einem Lager. Aber wir haben hier noch ein kleines Fragezeichen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich da jetzt einfach so hinkomme oder ob ich jetzt hier runterfalle. Aber wir werden mal Schnurracks zu den Lager fahren und gucken, wie schnell wir das einnehmen können. Ich hoffe natürlich schnell. Und danach werden wir den Job einnehmen und dann fahren wir zu Yogi. So, das ist so mein Plan, was ich in dieser Folge eigentlich schaffen möchte. Und ich hoffe... Ich schaffe das auch. Ups. So. Die Musik ist natürlich wieder richtig episch. Ich glaube, für die Musik kriege ich bestimmt einen Claim oder sowas. Verband und soziale Harmonie. Dipp, dip, 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 dip. Ähm's... Jetzt hier, oder? So. Lager der Rochan-Ziegelfabrik Ach du Scheiße Ja So So Ist hier noch irgendwo was offen? Die Hunde haben nämlich jetzt gerade das Lager angegriffen Fuck 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 Ist da keiner Was geht mit dem? Fuck Fuck Was ist das Ding? Fuck Fuck Jetzt kommen sie schon So Hier brennt schon mal alles Bam So Hier ist noch einer Wow Voll verzogen Oh Hier brennt jetzt gerade alles Gucken ob ich sie drüber treffe Wow Durch den Rauch einerschossen Nichts gesehen Kurz mal außen rum Damit rechnet die halt nicht Hä Wo ist der? Der war doch gerade hier Okay Okay geschafft Nice So 4 von 24 Außenposten Eingenommen So So Und dann machen wir nochmal schnell einen Clear Run sozusagen Da clearen wir jetzt mal schnell alles Und danach geht es Und danach geht es direkt weiter ins nächste Lager So Wir brauchen Munition Die nehmen wir auch mal mit Ganz viele Munition Oder ganz viele Missionen gibt es hier Ich habe aber keine Ahnung was die bringen Aber ich möchte mal ein bisschen meinen Stuhl meinen Plan verfolgen Weil jedes Mal drifte ich ab Und dann Mach ich immer wieder was anderes Ihr kennt das ja selber So Was ist das? Ne das nehme ich jetzt mal nicht an Hier war eine Kiste oder? Zack So aber wir machen diese Das machen wir So das Poster reißen wir auch noch ab Ja wo sind die denn? Hä? Da Wo noch? Da Okay zack Okay Propaganda zerstört Theoretisch dann kriegen wir jetzt eigentlich eine Belohnung Verkaufen mal ganz schnell Und dann geht es weiter So Ich würde gerne noch so ein Präzisionsgewehr haben Das wäre so richtig geil Weil das ist ein Präzisionsgewehr Ein Bogen Und ein Maschinengewehr Das wäre so die optimale Lösung So Okay weiter geht's Jetzt brauchen wir noch schnell ein Auto Wir sind auch noch Kisten ne? Bestimmt draußen Jo Ja aber wo? Da oben? Ach da oben wahrscheinlich Na egal Ja Fähigkeiten Wieder eine ne? Aber wir können erstmal die ganzen einer Fähigkeiten machen ne? Hier Wo ist denn hier eine? Hier Sofort nach einem Takedown halt und Achso Ja gut das ist jetzt nicht so eine wichtige Fähigkeit Die braucht auch kein Mensch eigentlich So jetzt fahren wir da hoch Okay Okay Klauen wir uns mal schnell ein Auto hier Ah das mit der mehr Munition Leute das kann ich euch echt empfehlen Macht das zuerst diese Taschen zuerst aufwerten Weil das ist echt kacke wenn du keine Munition hast Und das hast du in dem Spiel sehr sehr oft Da 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 Waaah So Kurvenhaltung gleich Null Wer solch rebellischer Verbrechen für schuldig befunden wird, wird umgehend standrechtlich erschossen. Denken daran, die Royal Army steht an der vordersten Front, um Kürat gegen Terroristen und Kriminelle zu verteidigen. Ah, ich bin doch kein Terrorist. Nicht ein Kriminell, aber kein Terrorist. Oh, wow. Hä? War es, oder? Ja. So. Weg damit. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Hey, wie komme ich jetzt hier rein? Ihr, oder was? Ne, hä, wo komme ich jetzt hier rein? So, guck mal. Geh mal. Okay. Okay, wo komme ich jetzt hier rein? Hallo. Ah, hier. Ist da was bei Wissen. So. Okay, so hier. Nee. Äh, hier war da gerade aus Klettern. Ah, hier. Bam, 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 bam. Diese Türme zu manipulieren ist ein schweres Verbrechen. Ach, Quatsch. Wenn man beim Besteigen eines Funktors beobachten, sollten wir sofort den nächsten Repräsentanten der Royal Army informieren. Wir geprägern, der schlicht den anderen. Genau, mach das mal. Holt den nächsten. Oh, Kiste. Ich stehe. Gabelbinder. So. Und hepp. Nee. Doch, oder? Nee, doch nicht. Hier? Nee, hier bist du ja hergekommen, ne? Harmonie. Achso. Wow. So. Ja, 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 dann mach das mal. Oh, tschüss. Nice. Glockentor befreit. Da, da, da. Da, da, da. Kostenlos. Am Handelsposten. Nice. Tschüss. Okay, wir müssen jetzt wieder runter. Und. Hui. Ihr Schweine brauche ich nicht. Ich kriege Karma 10, wenn ich ein Schwein mit einem Schwertmesser töte. Ja, GG. So. Dahin. Ich höre gerade nichts. Ich weiß nicht, was da so schreit. Keine Ahnung. Frau in Not, aber naja, was weiß ich jetzt. Wow. Hat die Banane, dass sie hier mitten im Weg steht? Alles klar? Alles klar? So. Was schreist du so? Okay, 500 Meter, da sind wir sogar gleich da. Wie geil ist das denn? Die Elbe aller Glottentürme zu befreien. Möge Paragans schlicht und alle hier aus dem Arsch scheinen. Ey, ja, viel Spaß. Das Radio war noch nie so gut. Das ist nicht so cool, oder? Jetzt stirbst du. Viel Spaß. Diese Brandkranz, diese Molotovs sind echt geil. Ich unterschätze sie jedes Mal in jedem Spiel. Die, 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 die. Oh. Leute, ihr habt den Sender von eis Kürat eingeschaltet und ich bin Ravi Ray Ronner. Einzig mit Küratnieter reden. So, zu dem alles gerne nun respektive Anführerin und fahre gerne. Jetzt vor Problemen. Ach, ja, zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussehen. Du, das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Ich sag, dass du so da hin, aber hier ist noch eine kleine Anekdote über Amnieter. Ich meine, du mag ja nicht nachgeforscht, aber man wird überall, dass sie auch noch eine aufstrebende. So. Hä? Warum hat er denn jetzt wieder den Punkt falsch gesetzt? Oh, weil ich vorbeigefahren bin wegen den einen Kurier da, weil ich den machen wollte. Na gut. Äh. Den Löwen hab ich jetzt mal nicht gesehen. Kann ich jetzt hier hoch mit dem Auto? Ich glaub nicht, oder? Das ist glaub nicht so geplant. So. Das ist jetzt hier feindliches Gebiet. Ich guck mal ganz kurz. Nee, ich glaub nicht. Sammle dieses Tagebuch. Okay. Schauen wir mal. Okay. Ja, ich will das Tagebuch erst. Aus der Gales. Ja, ja. Das Tagebuch hier oben. Zoma erst. Oh, wachst. Wo ist es? Da. Sechs von 20. Noch eins. Okay. Hier. Nee, geh das nicht weg. Nee. Komm hier rein. Hallo. Hallo. Das ist hier rein. Ah. Hallo. Nee. Hallo. Ah, hier. Willkommen, mein Bruder. Du bist an einem Ort des Friedens. Frei von den Dämonen des modernen Lebens. Alles klar. Hier bist du sicher. Oh, unser Freund. Oh, Mamshua, Mamshua. Er kommt von weit her und sucht, sucht gegen eine gleiche Höhe. Klar, nichts im Leben ist umsonst. Ich spüre, wir spüren, wir spüren, dass du wissen willst, wie wir sind. Ja, ich bin Yogi und das ist Reggie. Aber du, Fremder, du. Ihr bekifften Säcke, ihr. Bist der Sohn einer Legende? Ich sehe eine weltvolle Gefahr und eine Mutter mit einem schwarzen Herz. Oh, Angelic Hill. Willkommen bei Guru Ashram. Und warum bist du hier? Das ist das Haus meiner Eltern. Warum haut ihr nicht ab? Oh, was? Warum will er, dass wir gehen? Weiß nicht, frag ihn. Du fragst ihn. Hey, ich bin noch hier. Oh, er ist noch hier. Gut für ihn, er weiß, wo er ist. Okay, willkommen, komm rein. Ja, na klar. Tu casa y tu casa. Ähm, wir räumen auf. Wir ziehen sofort aus. Doch, zuerst. Brauchen wir ein Friedenzweifel, während wir die Details klären. Du bist doch nicht abgeneigt, oder? Also, ich glaube, mir geht's gut. Was macht der Typ mir überhaupt hier? Ach, AJ, wir repräsentieren die Interessen einer gewissen Machthaberin. Ja, und sie schüttelt gerne Frischfleischhände, so zur Begrüßung. Du bist das Fleisch. Wir haben die Möhre probiert. Schätze, dann will er den Stock. Hey, was? Was zum Teufel? Okay. Okay. Ich weiß nicht, was die mir gerade gegeben haben, aber okay. Okay. Ist wahrscheinlich nicht so geil. Kann ich auch jedem von abraten, das zu nehmen. Uh. Hallo. Du, äh, dir fehlt da, äh. Was ist denn jetzt? Uh-oh. 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 Hey, die sind nackig. Hey, die sind nackig. Was geht mit dir? Hallo? Was ist mit dir? Und zwar von euch. Bürger von Kyrath. AJ, yeah. Äh, okay. Okay. Hey, die sind nackig. Hi. Hey. Willkommen in der Scharnat-Arena. Äh. Äh. Habt ihr ein am Brett? Hey. War hier nicht gerade ein Panther oder irgendwas? erstmal nachladen ja 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 ist okay da ist okay wo sind die hat die klappe jetzt muss mich konzentrieren hey wo ist der uh-oh kommen die denn so ein so wissen die wo sind die au okay wo auch da unten okay warte mal so aber oh fuck ja genau wo ist er wo ist er da ist er doch gerade irgendwo einen karabiner gesehen hat er sich jetzt selber umgebracht boah ist der banane schnell pistole nachladen mit pistole gar nicht mal so kack geht es Leute wartet mal den tiger den kann ich auch heute oder nein aber mache ich sowas jetzt rauskommt der helbert war der erste dienst bohrt oder fuck Trefft der nicht Jetzt So ein Karabiner ist ja auch nicht schlecht, ne Er bin ich doch Okay, vorletzte Runde ist da Wie jetzt kommt ein Elefant oder sowas Oh, bitte nicht Geh fast weg Ah, okay, jetzt die letzte Runde, okay Ich hab irgendwie Oh nein Hä? Okay So Ist das jetzt gewesen? Warte mal, so Ist noch Granaten? Ah, hier, Molotov hab ich noch, ne Wow Nein Von hinten Nein Scheiße Oh, bitte muss ich nicht alle Runden neu machen Verdammt, von hinten Ich hab nicht mit gerechnet Scheiß Joggernaut Okay, passt Hä? Ach doch, da links Ich hab gedacht, der Joggernaut ist nicht dabei So Mal gucken Wir machen das mal alle Einzelnen weg Bevor ich den Joggernaut Ja, du Ja, du Ja, komm Heilig Heilig Fuck Oh, falsche Taste gedrückt Shit, 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 shit Noch ne? Okay, ich hab noch eine So Ich muss erst mal, dass ich den Joggernaut alleine habe Was ist denn? Da kommen jetzt immer wieder Soldaten Das wäre natürlich richtig assi Jawohl Jawohl Hehehehehe Du-du-du-du-du Chong Ja, du Du wolltest mich töten? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Alles klar. Stopp! Warte hier. Hör mir zu, bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pargan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Ihr könnt uns helfen. Ich kann dich in seine Feste umbringen. Oh, und AJ. Sein Hinterzug, Reggie und Yogi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. So. Ja, das bin ich. Wer sonst? Scheiße. Am Rande des Wahnsinns. Die Mission beendet. Und meine Liebenfreunde, so die Arena. Bist du bereit, die Shardard Arena zu betreten? Überlebe wie ein Held und werde bewundert oder stirb wie ein Feigling. Drei verschiedene Herausforderungen erwarten dich. Kampf, Endlos und Waffenheraussetzung. Steige zu einem der legendären Arena Champions auf und verdiene die großartige Belohnung. Hm. Gut, meine Liebenfreunde, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir haben Arena gemeistert. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Far Cry 4. Und Tschüss.